Hey Leute und willkommen zurück zum letzten Mal bei Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ich habe jetzt hier privat die ganzen Sticker und alles geholt. Ich habe jetzt sogar alle Kisten geholt. Von dem her bin ich jetzt mit allen Charakteren durch. War ein bisschen in der Arbeit, aber ja eigentlich auch nicht so viel muss man sagen. Und wir haben jetzt hier anscheinend schon eine neue Sequenz bekommen, die ich, weil ich dann den Bosskampf nochmal durchgespielt habe, da dürfte ich die bekommen haben. Die habe ich aber übersprungen, deswegen kenne ich die noch nicht. Und danach können wir jetzt endlich, boah da freue ich mich schon drauf, hier die geheime Episode spielen. Das war die letzte Episode und hier haben wir die geheime Episode. So, wir schauen uns zuerst die Sequenz an. Weil die Sequenzen, die jetzt bei der geheime Episode kommen, und das sollten ja eigentlich hier bei dem Dreieck sein. Ähm, Dreieck. Äh, dreifache Zeichen. Entschuldigung. So, das sollte noch vorher sein. Verborgene Wahrheit. Die Schmerz regelt dein Herz. Es gibt mir Kontrolle. Das Mussel und Signum, das je nachdem beobachtet, jetzt rebelebt sich gegen dich. So, wie du hier bist, alles verbrechtst du meinen Geist. Es ist immer mein Herz. Du denkst, dass du einfach in den Geist gehst und in den Geist gehst? Ich werde nicht nachdenken und damit das passieren. Nein, gar nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. In der Ende, dein Herz wird mit meinem, für immer. Entschuldigung. Du solltest du die Tür zeigen, Mann. Wie ich erinnere, du kannst du selbst schmerzen. Wie, dann, wirst du mit meinem? Du wirst schnell herausfinden. Oh, so wie es ist, ist es? Jemand anderes hat sich in dein Herz, Erichus. Erichus, diese Leidung. Ich bin nicht Angst, was die Schmerzen hat. Selbst wenn du mit meinem, selbst wenn du mich stehst, selbst wenn du mich in den tiefsten, schmerzen, wirst du mich nie von der eine cause, die mich weiterentwickelt, schmerzen. Whatever the cost, ich bin bereit, zu bezahlen. Aber ich bin ein Patienter. Wir können so viel Zeit, wie wir brauchen, um diesen kleinen Wettbewerb. Aber wissen Sie, zu tun. Du bist nur einer der vielen Weg, die ich wähle, zu nehmen. Vertraue mir, ich habe sichergestellt davon. Ihr Silhouetten ins Gedächtnis gebrannt. Hey, Mr. Master. Oh, come on, wirst du überhaupt nicht wissen, dein Freund? Bitte erzähl mir, die Amnesie war einfach eine verrückte Schmerzen. Boy, das ist ein klisch. Hey, du bist nicht ... Terra. Ich muss nur checken. Haha, wie wenn. Well, nicht schweig. Ich habe deine Beine. Ach ja, so kennen wir unseren Xehanort aus Kingdom Hearts schon eher. Der hat da wohl schon ein ungutes Gefühl bei dem. Verständlich, muss er sagen. Verständlich. Die zwei, die sich nie hätten, begegnen sollen. Wer bist du? Wer bist du? Ja, ich bin. Warum? Ich bin nicht oft, dass ich besitze. Bitte, mich auf Aqua. Warum bist du hier allein allein im Raum der Dunkelheit? Wie bist du hier? Du bist hier? kann ich dir sagen, das ist mein zweites Mal auf diesen Schmerzen. Aber, wie die erste, ich weiß nicht, wie ich bin, wie ich bin oder wann ich kam. Alles wurde entfernt, in irgendwelchen currenten mich hier. Das ist sehr schlecht. Ich weiß, dass ich hier ein langes Mal warst, durch die endless Stunden, nicht zu weg. nicht zu Du willst zurück zur eigenen Welt? Es sind meine Freunde. Ich versuche, dass ich dort sein werde, für sie. Deine Freunde? Ich bin irgendwo in den Häusern, in den Häusern, in den in den ich habe einen Mann, ich wusste, er ist sehr wie du. Er ist mit seinen Freunden und der Mann, den Wundern, den Wundern, den Wundern? Ich bin weit zu lange. Was passiert da? Die Welt sind in gefährlich? Es ist schwer, zu sagen, sie fühlten mehr als einmal. Aber jeden der Mann hat mit dem Geblatt den Tag. Wundern, der Name Terra oder Venn? Geblatt von denen ich Angst habe. Ich sollte wissen. Wie lange hat es seit ich ihn kennengelernt? Zumindest ein Jahr vielleicht mehr. Er Jahren mein Herz war mit Vengeance. Ich machte terrible Dinge für ihn und seine Freunde. Ich habe mehr Leben als eine. Ich fühlte etwas muss sein. auf Was das eine Art von Schenst aus Schleisch? Wenn der Mann schliefst, ich schliefst die den en die meine Forschung inside ihm, Transplanting die Daten damit es besser sein würde. In Wahrheit, ich würde glauben, dass er vielleicht kann die Dinge richtig machen. Ein Mann wie ihn, der so viele Hörer hat, kann er die richtige Tür öffnen und zu retten, all die Menschen, die ich verletzte. So viele sind noch für ihre neue Beginn, ihre Wunschung. Auch ich, und auch du. Was ist dieses Junge? Sein Name ist... Zora! Nicht wahr, Namine? Zora! 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 Und Ventus schläft immer noch. Oh, Mann. Okay, das dürfte eine Art Traum sein, schätze ich jetzt mal. Sora. Sora. Ach ja. Dann Sora hängt alles. Sie warten auf ihn. Und der weiß eigentlich gar nichts davon. Sora. Riku. Deine Mind ist aufgetreten? Ja. Hier haben wir bei King of Hearts 2 aufgehört. Sora. Kairi. Ich... Es ist einfach, dass sie mich wirklich brauchen. Ich muss gehen. Ich bin, wie ich bin. Denn sie sind. See you soon. Reconnect. King of Hearts. So. Ich glaube, das war es jetzt mit dem... Mit der Sequenz. Ja. Weiß man auch ungefähr, was da in dem Brief drinnen stand, den Sora am Ende bekommen hat. Weil das hat man ja in... In Kingdom Hearts 2 nicht wirklich gesehen. Aber es dürfte irgendwie ein Hinweis darauf sein, dass es noch Leute gibt, so wie Aqua, Ventus und Terra, die seine Hilfe brauchen. So, und jetzt... Gehen wir mal in die geheime Episode rein. Da bin ich jetzt echt gespannt. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was mich da erwartet. Verborgene Wahrheiten. Die Schmerz regelt dein Herz. Es gibt mir Kontrolle. Ach so, okay. Also, wäre es doch hier am Anfang gewesen. Egal. Die Reihenfolge stimmt trotzdem. Eins. Null. Zero point. Zero point. As long as you're with me, I'll always find my way back. Always. Always. What? What? Oh. Jetzt gerade die ganze Finsternis in die Welt des Lichts oder was? Was ist passiert? Würde ich jetzt mal raten. So! Wir sind jetzt hier drin. Ich schaue noch mal ganz kurz wegen meinen Items. Habe ich etwas neues bekommen? Ah! Schwert von Meister Erakis. Ich glaube, das hatten wir das letzte Mal nicht, oder? Wir haben eins bekommen. Das letzte Mal haben wir... Kommt vor, das war irgendein anderes. Was war denn das? Irgendein Schwert haben wir bekommen. Keine Ahnung. Okay! Wir haben es ausgewählt. So, die Attacken passen noch alle. Ist doch genauso wie es soll. Ich kann nochmal ganz kurz zeigen, hier. Gerade hier sind. Aha! Die Schatzliste ist jetzt natürlich nicht mehr ganz komplett. Sonst schon. Und beim Stickeralbum... Da gab es jetzt hier daneben die ganzen Sticker bei jedem zu sammeln. Und was ich dann erst gemerkt habe... Hier gibt es noch... Da muss man die Sticker dann noch platzieren. Dann kriegt man Punkte dafür. Und genau, was mir gerade einfällt... Was ich dafür bekommen habe letztendlich... War bei jedem ein... Kommandostil. Der Rhythmemeister. Schaltet sich frei, wenn du bereits einen Kommandostil hast... Und Blitz, Minen oder Schlag zum Beispiel Feuerschlagkommandos einsetzt. Sollte eigentlich sogar gehen, weil wir Minentrapez und Blitzgaschus haben. Äh... Ich tausche nochmal ganz kurz den hier aus. Dass Blitz und Minen zusammen sind. Vielleicht können wir da jetzt... Kriegen wir die Chance da auch nochmal rein. Komm und so. Schauen wir uns erstmal ein bisschen um hier. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt... Wirklich null aus. Ich speichere nochmal kurz. Weil... Die... Die Episode hier... Die gibt es erst seit dem Final Mix. Und... Ich spiele ja auch... Zum ersten Mal im Final Mix. Ich nehme mal einen neuen Spielstand. So, hier kommen wir natürlich auch nicht mehr zur Weltkarte. Und hier gibt es nur noch die Finsternis. So, was haben wir hier? Okay. Stimmt, solche Wände gab es hier gar nicht, oder? Oh, Herzlose! Oh, ist das cool! Wir können gegen Herzlose kämpfen. Und wir sind immer noch verdammt OP. Nice! Hihi! Hihi! Das ist jetzt mal ein paar Fähigkeiten. So. Ah, jetzt ist es gerade fertig. Ah, jetzt wäre ich fast im Modus gewesen. Egal. Finde ich jetzt echt cool, dass jetzt hier... Wir sind jetzt hier mit ihr auch mal... Einspielen können gegen Herzlose. Komm, schnell! Sogar gegen ein paar klassische. Willst du hier wieder eine Wand, oder? Weg mit dir, du! Wand, du! Mist Ding! Muss er da irgendwas machen? Okay. Kann ich mich da hochschleudern lassen? Kann ich mich da hochschleudern lassen? Unten weiter. Schauen, ob ich da in eine Sackgasse komme. Nee, da drüben geht's weiter. Machen wir den Kampf hier noch. Irgendwie unfähig. Ich komme hier nicht in den zweiten Modus, weil dafür muss ich Fähigkeiten einsetzen und dann sind die Gegner noch schneller erledigt. Was für mich da ausschlagt. Jetzt! Rücken wir mal... Okay. What the fuck? Okay. Dann gehe ich jetzt aber doch oben lang. Schade, aber ich komme jetzt hier nicht auf das Abschlusskommando. Aber ich schätze mal hier wird's dann wieder einen Bosskampf geben, wo ich das dann einsetzen kann. Also ich komme jetzt schnell genug dazu, das nochmal aufzuladen. Wie DJ einfach. Ach, ihr kleinen Schattenloche. Wie ich euch doch vermisst habe, meine Kleinen. Ja, komm. Schieß mich hoch. Ah, da geht's auch irgendwo hin. Ah, jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich hin soll. Ah, Mendo. Komm, wir gehen oben lang. Okay, es wirkt ein bisschen endgültiger, weil wir runterfallen. Vielleicht wären wir hier auch sowieso hingekommen, nur auf einem anderen Weg. Das kann natürlich auch sein. Ich wunderte es eigentlich, dass hier im Reich der Dunkelheit nicht überall die Herzlosen rumkriechen. Einfach alle Meter. Was will ich jetzt irgendwie so erwarten? Uh, jetzt kommen die... Die... Jetzt sind es größeren Herzlosen schon. Ich bin gespannt, wie sehr so fast steigern wir jetzt. Was ich auch interessant finde, dass ich hier trotzdem einen D-Link machen kann sollen. Aus dem Reich der Dunkelheit heraus. Äh... Ach so, da f... Ah! 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 Ah, okay. Dann ist das so ne... Ist das so ne... ein kleines Spezialgebiet, wo man hin kann? Da oben dürfte aber auch noch was sein. Oh... Okay. Das sieht irgendwie aus wie ein... Strudel, der nach oben führt. Oder ist das der Strahl, der da in das Licht reingeht? Ne. Hier ist wieder eine kleine Arena. Juhu! Irgendwas erwischen! Wieder nochmal rein. Ich würde gerne das Abschlusskommando sehen von dem Ding. In der Form. Nein! Ah! Jetzt aber! Komm! Der Rhythmemeister ist hier! Ah! Oh! Oh! Okay. Das macht jetzt da oben die Brücke hin. Okay. Dann war das Gebiet da oben noch nicht so speziell, weil da komme ich jetzt wieder hoch. Okay. Schauen wir uns hier unten ein bisschen um noch. Kann ich da noch tiefer runter? Ja. Aber da komme ich auch wieder hoch. Also ist es egal. Gib mir mal ein paar Gegner... Ein paar mehr Gegner. Ich kann mal das Abschlusskommando ausprobieren von der Form. Ich einfach nicht dazu komme, das Abschlusskommando einzusetzen. Aber es scheint ziemlich stark zu sein. Weil jetzt die kleinen Herzlosen hier kein gutes Maß der Dinge sind. Da die eigentlich fast alle mit einem Schlag tot sind. Äh... Ja. Verdumpen, okay. So, da geht es jetzt wieder hoch. Schauen wir uns mal hier unten ein bisschen um. Ich schätze mal, hier wird es dann... Geht es hier jetzt dann den anderen Wehen lang? Wooh! Okay. Das klingt gut. Ist das jetzt hier das... Der Weg dorthin, wo wir lang... Entlang gehen hätten können? Ja. Okay. Passt. Dann... Die paar Gegner hier... Ohne Probleme machen. Die sind hier instant tot. Und Thala brauche ich glaube ich auch nicht mehr so viele hier. Ich packe jetzt mal den Blitzkasschuss ein, weil damit sind so Gegnerhorden immer... Instant erledigt gerade, wenn die sich nicht so viel aushalten. Ähm... Ach, der war vorhin nicht da, oder? Der Sprung. Und da ist die Brücke, die wir jetzt... mehr oder weniger, äh... in Anführungszeichen gebaut haben. Und tschüss. Oh! Der Abschlusskommando abgeschlossen. So, komme ich da irgendwo hin? Ach ja, da ist ein Sprungding. Ops! Ah, und... Wenn ich richtig liege, dann bilden sich daraus wahrscheinlich auch so... so eine Art... Brücke. Merkiger bei den... bei diesen kleinen Herzlosen ist eigentlich... immer nur, dass die sich so im Boden verstecken, wo man sie nicht erwischen kann. Ich meine, das haben die... die kleinen Universierten, haben die... haben das auch gemacht. ein bisschen nervig, weil die Gegner eigentlich... an sich ja nichts aushalten. Und es zögert das Ganze nur... unmöglich raus. Ja! Ja! Um eins. Ah! Ich heil mich einfach mit den... mit den Mini-Kugeln, die hier rausfallen, heile ich mich mehr als ich Schaden kriege. So mag ich das. Keine Zeit mit Heilung verschwenden. Ich muss mich auch nur an... nur minimal ankratzen. Gehe nach! Ja! 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 Gibt es ja noch einen anderen Weg, den ich hätte gehen können. Ich hasse Open World! Ah! Und das ist der... Strudel, oder? Wo wir hinwollen. Das ist ein Strudel, der Finstern ist der hier... um das Licht ragt. Mal schauen. Noch ein Kistchen. Geheimes Erz. Warte mal kurz. Das ist mir neu. Äh... Fügt dem neuen Kommando eine Fertigkeit hinzu und setzt es auf die maximale Stufe. Hoho! Habe ich irgendwas zum fusionieren? Irgendwas, das ich entbehren kann auch? Wieder. Ja, okay. Glücksklinge Heilkunde. Wow! Das... Das... Es lohnt sich ja total. Muss ja wenigstens diese... Unnötige Fähigkeit nicht noch extra trainieren. Yay! Danke dafür. Gibt es irgendwas Neues? Kollisionsmagnet. Ach, toll. Ich weiß gar nicht, was ich vorhin dann... Alles eingesammelt habe beim... Aha. Meine... Heile Items bring mir. Äh, was ich bei den Kisten sammeln... Vorhin... Privat... Alles... Eingesammelt habe. Weiß ich gar nicht. Es waren so viele Kisten-Teils. Ich hab so... Pro Charakter so um die 30 Kisten... Die ich dann noch nachträglich geöffnet habe. Es war eigentlich auch nirgendwo was besonderes drin. So... Da... Müssen wir wohl hin. Hallo Finsternis! Okay... Ich will jetzt mal nicht runterfallen. Ah, und diese Finsternis-Flecken, die kann ich alle wegklatschen. Ah! Nein! Ich hab... Falsche Taste zum Springen gedrückt. Oh! Hallo Kiste? Oh, Atmosfall. Den hatte ich mit Aqua noch gar nicht. Aber egal. Ich werde jetzt hier an meinen Fertigkeit auch nicht mehr viel ändern, weil mit denen bin ich eigentlich ziemlich stark. Wenn da dann Bosskampf oder sowas kommt, will ich... Vorbereitet sein. So, hier war ich doch vorhin, oder? War ich hier nicht? Das ist der runde Punkt auf der... Kommt mir bekannt vor, oder? Ich war... Ah, okay! Ah! Ah! Das war der andere Weg in Rettigkeit. Okay. Gut. Dann haben wir da... Das jetzt... Auch gesammelt. Dann können wir jetzt... Ruhigen... Ah! Ah! Ich darf nicht so übertreiben. Äh... Können wir ruhigen gewissens hochgehen. Ja, Doppelsprung haben wir. Ich vergesse das immer. So. Kann man... Kann man wenigstens schön sowas hochklettern. Den Doppelsprung. Auch wenn mir hier das Gleiten, glaube ich, sogar lieber wäre, weil ich dann... Hier einfach... Luftlinie... Und... Wie ich die Gleiten könnte. Ich nehme die Gegner jetzt einfach mit. Weil sie einfach mit einem Schuss erledigt sind. So. Ich will jetzt die Kiste da drüben haben. Diesmal springe ich auch. Hoppsa. Genau. So. Final-Elexia. Werde ich niemals brauchen. Auch nicht in der... In der Geheim-Episode. Danke schön. Boah, ich liebe den Blitzkasschuss. Der ist so OP gegen so kleine Gegner. Das ist ein Wahnsinn. Und was wir Items rauskriegen wegen unseren ganzen... Glücksdingern. Klingt wie schön. So. Da ist noch eine Kiste. Und das dürfte der letzte dunkle Fleck sein, wenn ich richtig liege. Das war der letzte dunkle Fleck. Wir machen das hier ein bisschen im... Im Eiltempo. Würde ich sagen. Ach, wie süß. Besiege alle Feinde. Wie sie sie extra nicht herzlos nennen. Das ist einfach so eine übergreifende Fähigkeit. Die macht einfach alle... Instant fertig. Komm. Rüttemeister. Ja. Jetzt aber. Ja. Rüttemeister. Oh. Ich kann... Ich kann auswählen, wo der Schaden gemacht wird. Was? Das ist cool. Die Items. Das Spiel kriegt es ja gar nicht mehr ein. Dann kommt... Ich kann aus jedem Gegner kommen die Items raus. Ja. 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 gar nicht, was das für einen Spaß macht, wenn man mit so einem Raum voll mit Gegnern ist, die man alle mit einem Schlag erledigen kann. Gibt einem irgendwie ein gutes Gefühl. So, wir haben einen Speicherpunkt. Ich schätze einfach mal, dass das bedeutet, dass da vorne jetzt der Endboss kommt. Der zweite finale, äh, eigentlich der dritte finale Endboss. So, speichern wir hier. Und schauen wir uns das Ganze mal näher an. Ich kann nochmal kurz hier reinschauen, was wir alles neu haben. Trippelfolger. Atmosfall. Ja. Eigentlich gar nicht so viel Neues. Hatte ich doch schon einiges an Items vorher. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Sieht aber freundlich aus. Sieht aber auch nicht so viel Neues. 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 Du nichts, Freundchen. Dieses Monster? Das ist kein Unversor. Nur ein Drehender der Dunkelheit. Das muss ich aus seiner Sicht kämpfen. Oh Gott, machen wir viel Schaden. Aber ein schöner Herzloser. Ich erinnere mich ein bisschen an den Bosskampf aus Schön und das... Schön aus das... Aus dem Schönen und das Bist-Gebiet in Kingdom Hearts 2. Okay, ich will ja nichts sagen, aber der... Wenn der Kampf so bleibt, dann ist das... Ein bisschen schwacher Bosskampf. Der draufschießen, damit ich auch in eine Form reinkomme. Ha ha. Voll erwischt. Kommt da noch was? Oh. Dann versprüht seine Pheromone hier. So, Schattenspringer. Ich würde mal sagen, das ist soweit. Ah. Wuhu. Die beste Form, die man hier kriegen kann. Ah ja, was ich noch gar nicht gezeigt habe. Wir haben auch eine Fähigkeit zum Teleportieren bekommen. Aber wir werden es nie vernünftig einsetzen können. Okay. Der Kampf war jetzt ein bisschen leicht. Ich bin ein bisschen schockiert. Äh. Oh. Könnte es das sein? Das ist in der Re... Das ist in der Anderswelt. Oder? Ah. Die Fragmentary Passage. Die Fragmentary Passage. Und in dem Moment fährt ein Krankewagen vorbei. Okay. Das war doch mal ganz nett. So, speichern wir. Schauen, ob es jetzt noch irgendwas besonderes gibt. Oder... Ob es jetzt... Das war. So. Das könnte später wichtig werden. Ja. Vielleicht gibt es noch eine super Geheim-Episode. Das wäre doch was. So, kommen wir jetzt ins Hauptmenü? Oder kommen jetzt Credits? Ne, Hauptmenü. Okay. So, ich will nur noch ganz kurz in den Trio-Report reinschauen. Wie viel Prozent wir jetzt haben? Du hast über 99.999 Schritte zurückgelegt und dafür die Trophäe gut zu Fuß erhalten. Du hast alle Geschichten auf Profi oder Veteran durchgespielt und dafür die Trophäe Trio Invernale erhalten. Sehr schön. So, wir haben jetzt wirklich alle Zwischensequenzen freigespielt. Was? Eine fragmentarische Passage. Ich weiß nicht, ob das... Ob das die offizielle richtige Übersetzung für... Das ist aber okay. Wir haben 79%. Das einzige was uns jetzt noch fehlt, sind hier noch ein paar Trophäen. Und... In der Spielstatistik weiß es halt noch... Äh... Wenn ihr schaut... Geschichte 95%. Ich... Hab... Ich weiß nicht, was die noch von mir wollen. Items 71%. Minispiele 15%. Natürlich, weil wir das Kommandobrett nie gespielt haben. Kommandos gibt es noch einige, die man finden kann. Also theoretisch... Wenn man zum Beispiel auf Normal durchspielt, dann müsste man... Ja, damit man die geheime Episode oder sowas sieht... Äh... Müsste man... Mit jedem Charakter, glaube ich, das Tagebuch... Komplett vervollständigen, damit man überhaupt so weit kommt. Das mussten wir jetzt, Gott sei Dank, nicht tun. So! Dann würde ich sagen, war's das jetzt wirklich mit Kingdom Hearts Birth by Sleep. Und ich... Hab auch... Jetzt gestern von mir aus gesehen... Äh... Schon das neue Kingdom Hearts bekommen. Also... 2.8... Äh... Final Chapter... Prolog oder irgendwie so heißt das. Oder Final Chapter Remix. Ir... Irgendwie so hieß das. Äh... Und... Das... Werde ich jetzt dann... Demnächst... Direkt... Weiterspielen. Und da freu ich mich schon drauf. Und jetzt würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in einem anderen Spiel wieder. Oder... Wie auch immer. Bis dann, Leute. Ciao! Ciao! uj